Es ist Filmfreitag und ich schminke heute keinen Look. Heute mache ich mal ein bisschen was anderes. Und zwar mache ich mir Filmhaare. Besser gesagt, Disney-Prinzessinnen-Haare. Mir ist nämlich aufgefallen, dass voll viele Prinzessinnen so einen voll schönen Bann haben. Cinderella natürlich. Aber die Frisur von Belle finde ich am allerschönsten. Und genau das machen wir jetzt. Mit einer Socke. Die Socke muss jetzt geopfert werden, die war eh schon alt. Und ich habe den zweiten nicht mehr gefunden. Und jetzt rollen wir die, bis wir das hier haben. Einen kleinen Donut. Dann nehme ich mir von hier hinten ein paar Haare. Okay Leute, jetzt wird es knifflig, weil meine Haare irgendwie so hoch sind. Oh mein Gott. Also irgendwie habe ich mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Ziehen. Ziehen. Hm. Okay, besser. Jetzt muss ich noch irgendwie meine Banks befestigen. Dann noch ein bisschen aufhübschen und... Das sind die fertigen Disney-Haare. Ich würde sagen, es ist ganz okay, aber Friseurin werde ich keine mehr.